So, ich bin's wieder, euer Kanada0121 und heute wieder mit einem Infovideo und zwar promote ich jetzt SJ2808, der mir das wunderschöne Kanaldesign hier erstellt hat. Also ich find's toll, obwohl ich gesagt habe, es soll zwar Minecraft sein, aber er soll da noch ein bisschen was mitkommen. Strategiespiele hat er ja, aber hätte ruhig noch ein bisschen was mehr reinmachen können. Aber ansonsten im Großen und Ganzen danke ich dir SJ2808, ihr habt das wirklich super toll hinbekommen. Also meine lieben Abonnenten, ihr könnt ihn ruhig auch mal fragen, ihr macht das gerne und er macht dazu auch noch super tolle Let's Plays. Und zwar da schon 169 Videos oben und macht Let's Plays wie... Ach, Entschuldigung. Macht Let's Plays wie, ähm, Lego Star Wars 3, The Clone Wars, Star Wars, The Force, Unital, Limbo, Gnidl, ähm, Duty Calls, Call of Duty, Modern Warfare 2, Super Mario Boss, Eppos, Star Wars, Battlefront 2, Schreck. Und ja, noch ein paar mehr, also wirklich lobenswert, ich hab auch mal reingeschaut und so. Und ja, ich finde, er macht das einfach super toll, er macht gute Let's Plays und vor allem die Kanaldesigner. Er hat zum Beispiel auch das Kanaldesign von The Player News gemacht und so weiter, hat er alles von ihm bekommen. Ähm, so, also ihr könnt ihn ruhig mal abonnieren, Abo dalassen, Grüße dalassen, in die Kommentare was schreiben, seine Videos schauen, könnt ihr alles machen. Er hat mir auch dieses tolle, ähm, diesen tollen Avatar hier gestaltet, wie man sieht, hat er toll gemacht. Danke nochmal. So, bis dann, meine lieben Abonnenten, macht's gut, ciao. So, bis dann, meine lieben Abonnenten, macht's gut, ciao.